Das ist genau der Grund, warum man seinen Rasenmäher-Roboter nicht im hohen Gras starten sollte, weil er quält sich einfach zu Tode. Wobei, man muss sagen, der kämpft wirklich hart und hier und da schneidet er auch schon mal Gras, aber tatsächlich durch das hohe Gras denkt er andauernd, er würde irgendwo anstoßen und dementsprechend ist es echt nicht empfehlenswert. Aber ich muss schon sagen, es war eigentlich cool anzuschauen. Ich habe mir das 20 Minuten angeguckt, wie der da rumgefahren ist und wie er sich gequält hat. Und ich sage mal so, so einen halben Quadratmeter hat er da geschafft in den 20 Minuten. Ja, also auf jeden Fall einmal vorher mähen und dann geht das auch klar.